Megan Makeler hat ein Armband im Wert von 62.000 US-Dollar gegen einen Chiffon & Co-Ring eingetauscht, als sie bei den Invictus-Spielen auftrat. Für die heutige Veranstaltung in Deutschland entschied sich Harrys Frau dafür, einen Tennis-Pinkering aus dem Jahr 1972 von Chiffon & Co. zu tragen, der voraussichtlich 2.800 Dollar kosten wird. Megan, die für ihre Vorliebe für zarte Schmuckstücke mit symbolischer Bedeutung bekannt ist, strahlte mit dem 18-karätigen Weißgold-Juwel. Der Ring könnte eine besondere Verbindung zu den Invictus-Spielen haben, da er laut Chiffon & Co. die Bedeutung von Frauen im Sport symbolisiert. Auffällig war, dass Meghans Wechsel bereits zuvor von einer Talentagentur, WME, auf Twitter vorhergesagt wurde. Eine Quelle enthüllt, dass WME einen sarkastischen Kommentar über Megan Makeler abgegeben hat. Die Quelle sagte, eine Person habe einen populären WME-Manager gehört, der die Vorgehensweise nach einem gehobenen Abendessen in Brentwood etwas zu laut erklärt und aufgenommen habe. Ich habe die Aufnahme gehört, sagte der Manager, halb sarkastisch oder nicht. Wenn die Uhr oder das Armband angelegt ist, wetten sie, dass dieser Arm für das Foto gehoben wird. Der CEO von WME sagte, kein Scherz, Megan will uns immer zeigen, wie reich sie mit dem Schmuck ist, um die Tatsache auszugleichen, dass sie weniger Klasse hat als ein Armband. Schau dir diesen Schmuck an, den ich trage. Er ist zu elegant und teuer. Sie wissen, was sie verkaufen. Offensichtlich lachen sie sich auf dem Weg zur Bank kaputt. Lass es sie weiterhin bezahlen, die Reporter von People Magazin. Sie gewinnt jedoch nicht wirklich etwas außer einem Foto. Prominente. Marken wollen sie nicht. Niemand wird es ihr sagen, und sie kann es nicht sehen. Jeder weiß inzwischen genau, wer Meghan Markle ist. Keine Menge an Neupositionierung wird die Meinung der meisten Menschen ändern. Vielleicht hat CEO Ari sie als Herausforderung angenommen oder eine Wette mit Sunshine Sex verloren und musste sie annehmen. Natürlich hatte sie an seine Manager weitergereicht, die diese Vision umsetzen müssen. Ich habe fast das Gefühl, dass die negativen Kommentare der Hollywood-Autorinnen ihr tatsächlich zugute kommen. Im Allgemeinen schaden die Kommentare ihrem Produktionsteam für Rom-Coms. WME hat nichts für ihre Star-Schauspieler, daher konzentrieren sie sich voll auf das seltsame Projekt, das Social-Media-Influencerin Meghan Markle ist. Eine andere Quelle sagte, dass WME weiß, dass sie einen Deal mit dem Teufel gemacht haben. Sie mögen sie vielleicht nicht, aber sie hoffen auf eine große Auszahlung in naher Zukunft. Markle hat einen Vertrag mit dem einflussreichen Hollywood-Player Ari Emanuel bei der William Morris Endeavor-Agentur unterzeichnet, um ihr Geschäft und ihre philanthropischen Bemühungen zu fördern. Aber einstiger Freund und US-Promihaum Mandel sagt, Markle werde keine Vorzugsbehandlung erhalten und von der Partnerschaft nur eine Sache garantiert bekommen, die Zahlung hoher Provisionsbeträge. Mandel sagt, wie alle anderen Klienten von WME werde Markle 10% aller Deals an den Agenten zahlen müssen. Es ist übliche Praxis für große Hollywood-Talent-Agenturen, Gebühren von Wohltätigkeitsorganisationen und Non-Profit-Organisationen wie R12 für ihre Arbeit zu verlangen, aber Mandel hat keine Ahnung, wie die Agentur von Ari, WME, die ehemalige Schauspielerin aus der Serie Suits bei ihrer Karriere unterstützen wird. Aber der Comedian hat als Kunde der Agentur selbst gelernt, dass sie immer 10% Provision erhalten, und selbst Markle wird trotz ihrer königlichen Verbindungen erwartet, diese Gebühren zu zahlen. Außerdem Talent auf einer Liste handelt es sich größtenteils um Gastredner. Ich bezweifle, dass das genug ist, um für irgendetwas zu bezahlen. Wahrscheinlicher ist, dass sie spezielle Verträge haben, die speziell dazu dienen, ihr Image aufzubauen, das es ihr ermöglicht, das gleiche zu bekommen wie andere A-Prominente. Deshalb sehen wir viele Lobeshymnen über sie. Solche Verträge erfordern von ihr, dass sie ihnen eine Gebühr für all diese ihr mitspielende Maßnahme zahlt. Ich könnte mich irren, aber normalerweise funktioniert es so.